Willkommen zu Plattform Jerusalem, wie ich immer sage, welcome to my word, my word, my word, my word of order to let's say the condoms number 5.0.1.3. Ich habe auf meinem Kanal, auf dem YouTube-Kanal, einige Videos hochgeladen, um zu zeigen, was ich noch für einen Geschmack habe und um die Leute zu promoten, die die Videos gemacht haben. Von den YouTube-Botschern ist es erlaubt und es ist legal. Könnt ihr nachfragen, euch erkundigen. Heute ist die Yasmina da. Hallo. Und wir haben zwei Eau de Parfums. Das erste ist Versace Aeros Flame. Und das andere ist Rasasi Ud Al Misk. Und wir werden beide austesten. Kannst du halten? Ja, genau. Jetzt stichst es, um es auf dich auch zu sehen. Wir werden jetzt austesten, welches von den beiden wie besser riecht. Augen zu. Das ist sehr gut. Wie viele Punkte? Zehn. Okay. Oder hundert, wenn ich darf. Oder hundert, wenn sie darf. Sie darf natürlich. Also Rasasi Ud Al Misk. Oh, sehr gut. Welches ist besser, das erste oder das zweite? Das zweite. Das zweite ist besser. Rasasi Ud Al Misk gewinnt bei Yasmina. Also gewinnt ist gut. Also sie findet es besser. Dieses hier. Könnt ihr euch nachkaufen. Aber beide sind gut. Aber beide sind gut, sagt sie. Also dieses hier könnt ihr auch nachkaufen. Gibt es zu finden auf Google? Eingeben wir einfach Versace Aeros Flame. Oder Rasasi Ud Al Misk. Na gut, dann danke ich fürs Zuhören. Es war wieder die Rats von Berufsfeuer. Es war mir eine Ehre. Es war uns eine Ehre. Stimmt's? Stimmt's. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, viel Freude mit den weiteren Videos. Und abonniert bitte den Kanal, wer noch nicht hatten, wer schon hat. Danke für die Treue. Also dann sage ich immer, äh, Tschüss Baba auf den Kanal Geruchsfeuer. Auf der Plattform. Wo ich immer sage, Welcome to my world. Was ist actually my world? My world of the letters. Ich kann uns noch nicht befreien. Das ist was die Send, man. Tschau Baba.